Wieder da, ab zum Haus. Äh... Sind die feindlich oder nicht? Ne, sind nicht feindlich. Alles in Ordnung. Boah, hast du mich jetzt erschöpft. Guck mal, hier habe ich schon mal den Vatürenturm entdeckt. Ähm, gerade Turm. Natürlich, nicht den Vatürenturm. Die Wurst nehme ich natürlich mit. So. Dann gehen wir weiter. Und gucken, was hier oben ist. Hey, Aua. Ich muss noch die richtige Magie ausrüsten. Nein. 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 Erwachter Wächter Was haben die Wächter nur mit uns? Ah, ich sollte vielleicht noch mal ein bisschen was essen Wächterlauchen und Honig Werden glaube ich reichen für die nächsten paar Sekunden Boah, diese Vögel machen mich vor, ich hab ja Dragons Dog mal angefangen Da gibt's immer so Vögel, die einen von oben anfeigten Angreiften Die sind wirklich so die schlimmsten, die es gibt Oh shit Hallo Kannst du mal hier hinkommen? Mein lieber Helfer Danke War doch nicht so schwer, oder? Aber man sollte auch treffen können Wölfe Noch schlimmer Hey Böse Nein Komm, helf mir Mein lieber Geil Gar nicht geil Wölfe 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 Die sind nicht ungefährlich Mehr kann man dazu auch nicht sagen Auf jeden Fall speichern Speichern ist immer gut Wölfe Windwurz Geerntet Woher habe ich gerade dieses Komische Geräusch bekommen Groschen Morgenluft Jo, ja, ja Natürlich Gebelhain entdeckt Schön, schön Da ist ein Fass Ein Rucksack Ich glaube ich habe die Weite für die Bäume zu hoch gesetzt Und deshalb hat er immer so Probleme Mit dem Rändern Und benötigt einen Schlüssel Was? Natürlich Ist das nicht hier oben Sondern da unten Geil Wie soll ich denn jetzt nach da unten kommen? Oh Oh Gah ja so Nebelheim, Kanalisation werde ich runterfallen müssen ne ist nichts für mich hallo böse Bauer Schlecht, ne? Magierfüllte Robe. Hey! Oh shit. Das hab ich nicht kommen sehen. Nicht gut. Super. Wart mal. Ah. Ich war hier schon. Guck einer an, was ich da übersehen habe. Und jetzt kann ich's nochmal versuchen. Au. Aber ich habe ein magisches Symbol bekommen. Und. Kommen wir mal wieder nach. Eisenpranke Göln. So. Ich würde sagen. Einmal. Äh. Speichern. Genau. Richtig. Wir sind wieder da. Alles wieder in Richtung. Ah. Schade. So. Man kann sie auch ganz einfach besiegen. Das geht auch. Schade. Ja. Die hat nichts spannendes da. Aber. Die Tür. Ja. Kann ich öffnen. Und da ist ein bisschen was drin. Oh. Da steht schon was. Da sehe ich schon was. Gut. Oh. Hey. Aua. Ah. Nicht runterfallen. Ah. Bald wird's wieder ein neues Level. Ah. Das ist doch schön. Und. Ich würde sagen. Hier einmal kurz speichern. So. Da steht nämlich einer. Und ich versuche mal was ganz böses. Doppel. Okay. Okay. War nicht so effektiv wie ich mir vorher das ganze vorgestellt habe. Aber es gibt immer einen heißen Kranke her. Und. Gold. Wenn's auch nur 7 sind. Wer ist denn da? Interessiert mich nicht wer da ist. Der doppelte Blitz ist schon geil. Äh. Magier, Schild, Kuhnfeisen. Ja. Wirklich. Das ist ja sehr. Ich bin ja ganz dr anderen. Ach so. Ich bin ja ganz dritt. Frage. Wie lange? Wie lange? Wie lange? Wie lange? Wie lange? Vielen Dank.